Und die liebe Freunde und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wombsdorius Schneider mit Pena! Waddes! Hi! Ha 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 ha! Ja, ich bin so als erstes dran. LOL! Wie konntest du den so verändern? War das auch bei den Anstellungen oder was? Ja, kannst du den anziehen. Ich hab so'n Hitler-Bart. Ja, erstmal wieder gucken, wie's war hier. So. Und äh... Ähm... Ah, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich weiß halt immer, wie's passiert. Ja, ich auch! Ja, genau! Erstmal vor der Fresse oder was? Voll Programm. Ja, klar, immer doch. Leid zum Eingewöhnen. Ja. Ordentlich endet. So'n Eingewöhnen? Äh... Ähm... Ich hab' meinen, meinen schönen neuen Namen gesehen. Oah! Was ist dein Name? Naja. Dave's Mutter. Dave's Mutter... Was ist? Hahahaha. 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 Ja, genau. Hoffentlich gehst du mit drauf, Junge. Ja, jetzt bin ich schon in diesem Löchlein da. Ja. So. Und du bist dran. Wir haben keine Jetpacks. Scheinbar. So. Granatenwurf des Jahrhunderts. Was war das? Komm. Jawoll, auf der Schnauze. Ich komme mal runter zu euch, ne? Ah. Lol, was hast du da für so ein Brerohr liegen? Geil, ne? Ja. Aber du musstest du nichts kaufen, oder? Ne, ne, ist alles so. Okay. Okay, geil. So, Daves Mutter, was macht die denn? Ja, genau, Double Kill. Oh. Das war, äh... So war das nicht geplant. Ja. Egal. So, was mache ich denn jetzt mit dem? Guck mal, Poppy hat noch gar keinen neuen Namen gekriegt. Nein! Nein! Das Spiel ist echt so Spaßfaktor. Unglaublich. Auch wenn man verliert, liebe Freunde, das muss man, das, das wird man auch in Worms, ne? Weil es gibt so viele Möglichkeiten zu failen, wie jetzt gerade eben gesehen. Ja! Ich glaube, ich kann fly, und burn to death. Oder burn to death. Ach du nachtzig Schaden! Ja, und bei dem anderen acht. Dieser ist eine starke Hör-Kleberin. Ruhh. Und es macht sich nur noch mal aus. Oh, voll! Und es macht sich nur noch ein paar Hör-Kleberin. Und es macht sich nur noch einfach ein paar Hör-Kleberin. Und er macht sich nur noch eine Hör-Kleberin, oder? Okay, wen haben wir denn da unten? Darkseid heißt dieses Spielmodi. Du wirst ja gesagt, ne, von den Items her. Hallo? Was war das denn? Da wurde dir doch rot angezeigt, Pega. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich hab auf Entfernung geguckt, weil ich gucken wollte, ob ich treffe. Na ja. Das ist halt so. Was ist denn da? Der rutscht da mal schön runter, ja. Na, warte. Ne, der ist mir zu. Da schießt du einmal drauf und der Zwölfer stirbt noch im Fallschaden, ey. So wird das sein. So, teleportieren ist zwar eine Zugvergeudung, aber... Na gut, mit einer schönen Granate kriegst du denn auch. Ja. Du bummst meinen Wurm nicht an. Ja, ich... Hm, was machen wir denn hier Schönes? Was haben wir denn noch? Wissen, dass du umsinnst? Ja, genau. Da fliegt er unter dir durch. Kann man mal machen, ey. Harte Geschütze hier? Ja, klar. Ja, aber da... Nein! Nein! Das kippst doch nicht! Ja, genau, der wird doch jetzt noch 2 HP haben. Ne, der ist tot. Ja, so kann man auch dem Wurm opfern. Ja, ne? Ja, ne? Halt die Scheißhule gegen die Kante, ey, Sonny. Nein! Nein! Nun kann ich nicht weglaufen, wenn du dran bist. Hahaha. Das wird niemals funktionieren, Packer. Was denn? Was denn? Ach, komm. Oh, verkehrt noch. Was war denn das? Hörschön! Nein! Bitte nicht! Du musst aber nicht was ablassen. Du hast Gurke getötet. Du hast Gurke getötet. Ich muss mal neue Namen für die Würmer herausfinden. Wenn ihr den habt, in die Kommentare, ja. Ja, und wenn ihr Glück habt, findet der eine oder andere Name hier bei meinen Würmern Platz. Ja. Guck mal mein schönes Grab an. Das wär ja dann auch wieder ein Double Kill, ne? Das war das Feuerzeug. Äh, ja. Hm, ich könnte jetzt als Ausrede bringen, dass ich da mit den Eingang verschließen wollte, dass du da nichts reinmachen kannst. Ja. Klingt plausibel. Ja, ne? Genau. Ups. Wollte ich gar nicht. Hahaha. Ich hab gedacht, das wär so stylisch, so reinrollen, weißt. Ja. Alter, wie viele Würmer? Du hast doch 200er. Wär jetzt geil gekommen. Ich bin auch geil gekommen. Ich wollte eigentlich springen und hab verkehrt nachgedrückt. Ne, ne Granate ist ja Bullshit. Äh, ein Schaf auch. Aber mal ganz einfach hier. Und. Dieser scheiß Winkel da unten. Hahaha. Echt zum Kotzen. Ich sitz aber auch immer in den Löchern, ey. Ja, liebe Freunde, es wird ne kurze Folge. Hoffst du. Was? Hoffst du. Ja, guck, da kommt er schon wieder an. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, bitte lass es kein Dynamit sein. Was? Ja. 26 Schaden. So, mein Freund, jetzt wirst du drauf gehen. Na los, komm. Gibt's ihm hart. Gibt's ihm hart. Kui. Ich gibt's ihm hart. Hahaha. Boah, lol. Wo ist dein Wurm hin, Alter? Ja. Lässt er das Loch runter, oder was? Weiß ich nicht. Kann möglich sein. Ja, der ist wohl, der ist wohl. Der ist komplett weg. Der ist wohl verschwunden, ey. Ja, würd ich mal sagen, war ein guter Zug. Aaaaah. Hahaha. Diese scheiß Leertaste, ey. Hahaha. Scheiße. Mami, ich möchte mit Leertaste springen. Ja, Minecraft. Ja, Pia, 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 Pia. Hahaha. Kann man das nicht rumstellen, ey? Hahaha. Weiß ich nicht. Das muss ich nochmal rausfinden. Lass mich da. Hahaha. Der war schön. Hahaha. Ja, nehm den auch ne... Wow, Hund, fünf. Sieht so aus wie so'n, äh, Kaktus, ne? Na, ja, es ist so'n, 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 äh... Dringen zu hier, so'n... Ach so'n, ähm, Narr! Ja, ja, genau. Die Narren hatten ja früher diese Hüt. Ja, genau, mach so einfacher. Hoffentlich ver... Das springt drüber, Pegger. Ja. Hat dann nicht gereicht, oder? Glaube nicht, ne? Alter, wie wenig Leben meine noch haben, ey. Guck mal in der Statistik unten. Strich, Strich, Strich. Ja, ich seh das, ich seh das. So ein Strichput, ey. So, was weiß ich denn jetzt mit dir? You'll regret the hat! So. Nein, faule Pflaube. Es war so schön mit dir. Ruhe in Frieden. Faule Pflaube. Pflaube Pfaule. Ja. So. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, meine Damen und Herren. Boah, wie ich immer ins Menü komme, ey. Boah, jetzt wollte ich mit dem Wurm noch ein bisschen weiter weg. Wenn du da jetzt eine Granate falsch rein willst, dann rollt die ganz runter. Gibt's ganz gut. So, Alter, es bleibt spannend, liebe Freunde. So, jetzt der Granatenwurf des Jahrhunderts. Naja, ich glaube nicht. Nicht? Ich finde das immer so geil in der Endphase, wie sich die Leute noch irgendwie verstecken oder verbauen. Ne, so die Takten am Schluss, so. Das ganze Kribbelnützen. Ja. Die gönne ich mir mal. Ja. Boah, da hast du dich ins Wasser gesetzt, Pekka. Ja. Ich dachte, er hält noch ein bisschen länger durch, aber leider nein. Hast du jetzt vor? Der Raketenschuss des Jahrhunderts. Weg von der Kante. Auf jeden Fall schon mal ein Loch gemacht. Man sieht genau noch an den großen, rundenen Löchern, wo die Hole ist eingeschlagen. Ja. Digga, was wird das? Das verrate ich dir nicht. Du weißt schon, dass du jetzt dann gleich drauf gehst. Eigentlich hätte ich auch noch höher gehen können, weil ich bin ja als nächstes, du weißt denn noch, wie er mit dem dran ist. Ja, das stimmt wohl. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Haben wir Ropes? Nee, wir haben nicht mal Ninja Ropes. Nein, haben wir nicht. Äh. Ach, weißt du was? Versuch, wie ist es wert? Wie im Leben, oder? Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Lass die Schübe durchschen. Nein! Nein! Vier. Boah, wäre der draufgegangen, hätte der andere auch noch mitgenommen, ey. So, was haben wir denn noch? Ja, Granate hoch. Boah, hoffentlich versaust du so dermaßen, Junge. Kann man mal machen. Ich war's time. Nächstes Mal ein wenig, weniger Kraft. Boah, der rutscht doch bestimmt runter. Boah, Premium, oder was? Na, läuft. So, er liebten eigentlich noch Gips im Hard. Gips. Gipsbein, oder was? Was war das denn? Loll, lass. Nein. Da ist doch ein kleiner Fizzle in der Schuhe. Ja, ich hab's gerade gesehen, ey. Ja, würdest du es wollen, da hinzuknallen, hättest du es nicht geschafft. So, mein Freund, das wird dein Ende sein. Ja. Ich darf nur nicht an den Fizzle rankommen, ne? Sprich doch da hoch! Ich glaube, ich bin sowieso weg. Wieso meinst du? Weil ich glaube, es kann sein, dass du unten reingerutscht bist. Nee, noch nicht, da unten nicht. Oh, oh, lol. Alter, hier kommst du nie wieder weg. Du hast nur noch einen Teleport. Nee, ich hab's schon zwei genommen. Du hast schon zwei genommen? Ja. Echt? Okay. Ja. Ja. Boah, du miese Sau. Du miese Sau. Der steht genau überm Loch. Oh, mal gucken, wie lange das dauert. Oh, no. Oh, no. Was? Bei dir wechselt das ja immer wieder auf die anderen Leute. Ja. Nein. Nein. Nicht dumm wie Brot. Nicht dumm wie Brot. Ja, der ist tot. Ja. Der hat's mitgenommen. So, Vega. Oh, das ist genau in der Luft, Lydia, ne? Mag wirklich sein. In the beginning. My friend. Den hausen. I am your friend. Bisschen weniger sch... Link, Recky, der haben wir auch nicht, ne? Frank. Ja, der hat's verändert, ey. Mach dich bereit, gib's ihm hart. Jetzt baut der Vogel sie auch nur ein. Ja, wir ziehen das Video künstlich in die Länge. Den muss er hier wegkommen, hier. Ja, stimmt. Und unten ist ein Loch da, wären wir zu... ...waghaltig darüber zu gehen. Ja, ne Granate obendrauf und da rutscht ins Wasser. Das wäre ne Möglichkeit, ja. Aber nicht mit dem. Oh. Das war... Das war sehr intelligent. Das war fehl, ja. Ich wollte mich ja nicht da hinten durchsporen. Haben wir eigentlich... Ja, haben wir. Da komm ich nicht... Dann. Mach doch den Schach zu. Wo? Wie läuft der denn nicht? Wo soll ich mir den Schach zu machen? Was ist denn eine Entscheidung, was ich machen? Ja. Das ist natürlich auch so, ja. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich werde gleich daneben wieder ein Loch machen. Jetzt eine gut platzierte Granate und du bist eh tot. Ja. Die musst du erst mal hinkriegen. Oh, ja. Das werde ich mal freuen. Na los, zeig's mir. Ernsthaft jetzt? Das war super, ja. Ja. Hat mir gefallen. Ich glaube, wir nehmen eher die Map auseinander als uns. Wie viele Löcher das die schon hat, ey. So viele Frauen hatte ich noch gar nicht. Hey, liebe Frauen. Jetzt bohrt er sich da auch noch nen Schacht, ey. Alter, wie die Würmer, ey. Sieht aus wie so ein Smiley mit zwei Händen. Haha, ein? so jetzt schön jetzt schön noch wie nennt man das sagt schon kamikaze ok kann man machen meinst du reich kamikaze ne da will ich noch nicht in perfekten winkel zu glaube nicht nee ha 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 wirkt es ja wie bei den Würmern hier sieben da wo es für weiche Eier er ist was mir noch schaden mit einem bunsen renner jawoll wie komme ich jetzt nicht ran durchsprengen durchsprengen lockt geradeaus durch erst mal sicherheitshalber das wäre ja falls du dagegen ball ist in meiner feld runter ja fallschaden reicht auch schon du musst den anderen winkel da hochknallen so liebe freunde gerade mega spannend ich trink mal noch einen schluck so ganz heimlich das wird niemals funktionieren vorher fallen nicht wenn du nach unten zeigst das hat sich erledigt das war mal eine aktion von pecker wie er sich dann durchgetraben hat er wie so eine nutte im erdloch so herzlichen glückwunsch an pecker vielen dank fürs zuschauen an euch ihr fremmel und bis zum nächsten mal wiedersehen so 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 so